Neues vom nordkoreanischen Staatsfernsehen, das hat am Mittwoch weitere Bilder eines Raketenstarts veröffentlicht, den das kommunistische Land zu Beginn der Woche durchgeführt hat. Der oberste Führer von Nordkorea, Kim Jong-un, habe den Test persönlich verfolgt, so die Nachrichtensprecherin. Die USA haben darauf nun mit neuen Sanktionen reagiert. Ziel der Maßnahmen seien sechs Nordkoreaner, ein Russe sowie ein russisches Unternehmen, teilte die US-Regierung mit. Sie soll Nordkorea Komponenten für das Raketenprogramm beschafft haben. Gleichwohl verfolge man weiter eine diplomatische Lösung des Konflikts, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Nach Angaben des Finanzressorts wurden die Strafen wegen sechs Tests ballistischer Raketen seit September erlassen. Nordkorea habe damit gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates verstoßen. Der Resolution zufolge sind Korea-Tests von Raketen und Atomwaffen verboten. Verhandlungen mit dem Ziel, Nordkorea zu einem Verzicht auf eine atomare Rüstung zu bewegen, sind bislang gescheitert.